Moin Leute, was geht ab Hatch? Willkommen zu einem neuen Video. Es ist sehr wichtig und ihr wisst, ich mache, das habe ich schon gesagt, viel zu viele Fortnite-Videos und ich lasse euch abstimmen. Ich habe mir auch schon ein paar Sachen rausgesucht. Also ich habe ein paar Sachen, die ich machen werde. Ihr müsst nur noch sagen, was ihr davon haben wollt. Als erstes kann ich euch anbieten Apex, aber das mag sowieso eh keiner eigentlich oder viele. Dann COD. Boah, Sauen. Das ist zwar das labbringste COD, was es gibt wahrscheinlich. Dann Hungry Shark gibt es noch. Oder GTA. Ich weiß nicht, ob das so viele sehen wollen. GTA ist ja auch ausgelutscht. So kommen wir nur zu den Handyspielen, die ich hochladen könnte. Da hätte ich einmal für euch im Angebot auch Hungry Shark. Aber irgendwie, das mag eh keiner, weil es so babyhaft ist. Asphalt 9 hätte ich noch. Das ist das, was ich gerade spiele. Und so andere Sachen, wie Clash Royale, das mag aber ziemlich keiner, denke ich. Clash of Clans ist auch kacke, aber könnte ich machen. Dann gibt es noch UNO. Das mag, soweit ich weiß, aber auch niemand. Und ich habe gerade einen übelst coolen Start hier im Spiel. Das waren eigentlich schon die einzelnen Spiele, die ich auf Lager habe. Und wie ich gehört habe, er hat jede Schule geschlossen wegen diesem Scheiß Corona. Obwohl wir uns eigentlich darüber freuen können. Wie gesagt, das waren die Sachen, die ich habe. Ihr könnt ja schreiben, was ihr von diesen Kategorien sehen wollt. Wie gesagt, ich habe euch jetzt halt ein paar genannt, die ich machen kann. Und ihr müsst nur noch abstimmen in den Kommentaren, was ich von diesen ganzen Sachen hochladen soll. Ihr könnt von zwei Kategorien eine Sache entscheiden. PS4 und Handy. Jeweils eine Sache. Und ich denke, dass vielen halt auch COD gefallen wird. Weil COD ist sehr beliebt. Und ja, mehr wollte ich eigentlich nicht sagen. Wie gesagt, das war es vom Video. Wenn es nichts mehr gibt, was euch interessiert oder so. Dann ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Reingouch.